Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Tagung zu Adolf Reichwein und die Pädagogische Akademie. Wir sind hier in den Räumlichkeiten der Frankischen Stiftung. Die Frankischen Stiftungen sind gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Fakultät für Erziehungswissenschaften Träger dieser Veranstaltung. Und deshalb darf ich in Vertretung von Herrn Prof. Dr. Müller-Wahlke Ihnen das Wort geben zu einer kleinen Begrüßung in Stellvertretung für Herrn Wahlke. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anne-Reide von Bieler. Ich bin die stellvertretende Direktorin der Frankischen Stiftungen und freue mich sehr, dass Ihre Tagung hier stattfindet. Sie sind hier an einem ganz besonderen Ort. Als Pädagoginnen und Pädagogen ist Ihnen das wahrscheinlich bewusst. Seit 300 Jahren haben wir hier eine lebendige Tradition von besonderen Ansätzen der Pädagogik. Das kann man wirklich sagen. August Hermann Franke, der zu seiner Zeit vor über 300 Jahren ganz verschiedene Innovationen hier zusammengeführt hat. Und genau darin bestand die Einzigartigkeit. Und dazu gehört eben die Wunderkammer, die Sie, weiß ich nicht, ob Sie die auch noch sehen, Sie sehen sich ja die Ausstellung an hier im Haus noch später. Das ist auch sehr schön. Also August Hermann Franke hat zum einen die Realienbildung eingeführt als Bestandteil des Unterrichtes. Er hat Naturwissenschaften als Bestandteil von Curricula integriert. Er hat eine schichtenübergreifende Bildung ermöglicht und damit zum ersten Mal das Individuum in den Vordergrund gestellt. Wichtiger war, was die Kinder können, was für Potenziale zu haben und nicht, wo sie herkommen. Und er hat eben, und das ist dann ja vielleicht die naheliegendste Verbindung zu Herrn Reichwein, Lehrerbildung institutionalisiert und in das eigene Erziehungskonzept eingebunden. Vielen Dank. Sehr schön, ist auch der Herbst hier. Ja und also die Lehrerbildung institutionalisiert, eingebunden in die pädagogische Arbeit, die sozusagen dann ausgebildeten Lehrer, das ging dann weg von den Pastorenstand, eingebunden in den praktischen Unterricht und damit, glaube ich, Standards gesetzt, die sich dann ja auch weitergetragen haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob Herr Reichwein da direkt angeknüpft hat oder nicht, das war ja dann noch ein bisschen Zeit. Nicht so direkt. Nicht so direkt, ja, aber Lehrerbildung zumindest ist und war ein Thema. Heute sind Sie hier auf einem noch immer sehr lebendigen Bildungscampus. Es befinden sich vier Schulen auf dem Gelände, zwei Fakultäten, wie eben auch die Erziehungswissenschaftliche. Außerdem sind wir als Frankische Stiftung Träger von drei Kitas, haben einen Hort, haben einen großen sozialen Bereich, Jugendbildung, eine sehr starke kulturelle Bildung, weil wir eben an diese 300-jährige Tradition anknüpfen wollen und auch heute noch Menschen, Kindern aus allen Schichten, aus den unterschiedlichsten Bezügen Bildung ermöglichen wollen. Deswegen sind Sie hier genau am richtigen Ort. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg für Ihre Tagung. Ich muss leider gleich wieder gehen, aber ich denke, dass Sie gut weiterdenken können und nehmen Sie das Ambiente auf. Es ist auch sehr schön, dass Sie die Ausstellung einbauen in Ihr Programm, das ist auch gerade ein wirkliches Highlight. Herzlich willkommen, viel Vergnügen. Ich möchte noch eine Ergänzung bringen, die eine Verbindung, eine indirekte, aber doch eine Verbindung von Adolf Reichwein zu den Frankischen Stiftungen herstellt. Adolf Reichwein hat ja Rosemarie Pallat geheiratet und ihr Vater, Ludwig Pallat, war in der Zeit von 1928 bis 1932 etwa Mitdirektor der Frankischen Stiftungen. Das ist mir auch erst in den letzten Wochen aufgefallen und ich wollte es nur hier weitergeben, weil es eine Verbindung herstellt, die ich so nicht kannte und nicht geahnt hatte. Da habe ich auch schon wieder was gelernt. Sehen Sie, so ist das hier. Man lernt hier ständig und ununterbrochen. Großartig. Vielen Dank und gutes Gelingen Ihnen. Schönen Dank und jetzt darf ich Herrn Jörg Dinkelacker bitten, für die Fakultät uns kurz zu begrüßen. Ich muss mich leider rausschleichen. Herzlich willkommen auch von mir, mein Name ist Herr Jörg Dinkelacker. Herr Jörg Dinkelacker, der Fakultät, herzlich begrüßen. Herzlichen begrüßen. Zurück war im Ausrichtung von unserem Dekaten, der hat heute mit aktuellen Fragen der Lehrerbildung zu tun. Ich vermute mal, er hätte lieber mit Fragen der Vergangenheit der Lehrerbildung gehabt, die er heute auf der Darung, zumal es sich ja auch um einen Aspekt der Vergangenheit dieser Fakultät auch handelt. Die Fakultät heute ist in vier Institute gegliedert. Wir haben ein Institut für Schulpädagogik, für Pädagogik, für Reha-Pädagogik und eins für katholische Theologie und ihre Didaktik. Wir sind der Standort der Lehramtsausbildung, der Lehrerausbildung für Sachsen-Anhalt, was Grundschule angeht, Gymnasium angeht, Sekundarschule angeht und auch die Förderpädagogik. Wir sind darüber hinaus auch der Standort der Ausbildung von Erziehungswissenschaftlern im Bachelor- und Masterbereich. Grundschule habe ich genannt. Der Gegenstand Ihrer Tagung, unserer Tagung heute, ich bin ja selber auch beitragender, ist für die Fakultät von besonderer Bedeutung. Zum einen natürlich, weil die Pädagogische Akademie auch eine Art Vorläuferinstitution ist, die einer der Vorläuferinstitutionen, die in unserer Fakultät aufgegangen sind. Herr Ebert, ich hoffe, da werde ich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, in Ihrem Vortrag. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil die inhaltlichen Perspektiven und die Herangehensweise von Adolf Reichwein aktuelle Fragen betreffen. Das sind Fragen der Lehrerbildung, wie wir es hier heute auch vor allem diskutieren. Das sind aber auch Fragen der Erwachsenenbildung und ich würde auch sagen, Fragen der Sozialpädagogik. Insofern sind die Themen unserer Fakultät hier auf dieser Tagung aufgehoben und es sind viele Anschlüsse da. Herr Wenzel, vielen Dank, dass Sie diese Tagung organisiert haben und die Leute zusammengebracht haben, um sich mit diesem Thema zu befassen. Ich bin gespannt auf die Vorträge und Diskussionen heute und auf die Ergebnisse unserer Auseinandersetzungen. Vielen Dank. Vielen Dank.